Hallo und herzlich Willkommen zu The Plone Newsroom, Episode 15D. Falls das irgendjemand nicht gemerkt hat, wir sprechen gerade Deutsch, jedenfalls ich spreche Deutsch. Und Fred wird auch Deutsch sprechen. Heute ist Dienstag, der 25. April, genau ein Tag vor World Plone Day. Und an dem Mikrofon begrüßen euch wie immer Philipp Bauer aus München und... Fred van Dijk aus Rotterdam, Niederlande. Herzlich Willkommen. Hi. The Plone Newsroom ist normalerweise auf Englisch, aber weil heute World Plone Day ist, haben wir gedacht, wir machen eine kurze Episode auch auf Deutsch. Das hat einen weiteren Hintergrund. Es ist nämlich so, dass es seit dem Release von Plone 6 keine deutschsprachige Veranstaltung zu Plone gab. Keine Plone Tagung, kein Plone Symposium oder irgendwas. Natürlich interne Veranstaltungen. Und deswegen kann es sein, dass einige Leute, die Plone benutzen oder in der Community sind, aber irgendwie nicht so wahnsinnig gerne englische News konsumieren, nicht besonders gut informiert sind. Die Nachricht zum Release von Plone 6 selber ist auch genau eine Zeile lang. Auf Plone.de steht Plone 6 ist Release mit einem Link auf dem, das News-Item auf Plone.org, das dann wiederum auf Englisch ist. Ja, Philipp, weil du sagst es jetzt so, also ich, ein kleinerer Grund noch auch so ist, dass ich seit diesem Monat Part-Time auch für ein deutsches Geschäft arbeite, ein deutsches Plone-Geschäft. Ich habe jetzt auch, weil die Konzepte sind meine Kollegen. Also ich kann ein bisschen üben und du hast gesagt, stimmt, Plone-Tagung war letztes Mal 2020. Und da habe ich auch, nicht als Witz, aber ich dachte, okay, ich versuche es mal da, ich kann deutsch sprechen, ich versuche mal auch eine Präsentation auf Deutsch zu machen. Das habe ich damals in 2020 mit LDAP gemacht, weil ich kannte mich gut aus mit diesem LDAP, mit diesem LDAP-Sachen. Ich dachte, das mache ich mal schon. Okay, nicht schlecht. Es war nicht schlecht. Ich kann mich nicht erinnern. Nee, nee, du warst nicht da. Du hast, glaube ich, etwas anderes präsentiert. Aber die Leute haben es wirklich gut verstanden. Aber am Ende dachte ich, oh, woran habe ich angefangen? Also jetzt sind wir drei Jahre später. Sehr gut. Und dann gehen wir mal weiter. Wir müssen das jeden Tag verwenden müssen, diese schreckliche Sprache. Ich bin sehr froh, dass wir das Ganze nicht auf Holländisch machen, weil mein Holländisch ist nicht vorhanden. Hätten wir auch noch machen können, als gemeinsame Sprache. Ich finde es ganz toll, dass du perfekt Englisch und wirklich sehr, sehr, sehr gut Deutsch. Es geht schon. Aber ich brauche eine Weile. Wie dein Holländisch ist, kann ich jetzt nicht einschätzen. Vielleicht ist das nicht so gut. Du hast aber Verwandte in den Niederlanden. Aber Familie habe ich überall. Guten Mittag. Okay, wir haben eigentlich nur zwei Themen. Ja, ja, ja. Wir wollen ganz kurz erzählen, was die neuesten Neuigkeiten sind. Das sind nämlich die letzten zwei kleinen Releases. Und dann wollen wir eine kleine Einführung geben, was ist denn eigentlich Plone 6? Für die, die überhaupt nicht mitbekommen, die unter einem Stein leben. Wie heißt das immer so schon auf Englisch? If you're living under a rock. Und deswegen noch nicht mitbekommen haben, dass Plone 6 existiert. Für die wollen wir ein bisschen was erzählen über Plone 6 und Volto. Aber lass uns mal anfangen mit den letzten Release-Neuigkeiten. Plone 6.04 ist nämlich gestern Nachmittag rausgekommen. Moment, Fred, was ist da drin? Ja, also wir hatten einen Plone 6.0 Release Anfang Dezember. Also wir haben es gerade mal zurückgeschaut, weil es gab da auch wieder ein Soft-Release. Oder haben wir erst, glaube ich, nach einer Woche haben wir es alles ganz veröffentlicht. Die Packages waren da, aber das News-Item hat noch eine Woche gedauert. Genau. Ich habe tatsächlich, als wir vorhin darüber geredet haben, habe ich geglaubt, dass der Release, das war nicht diesen letzten Dezember, sondern das war Dezember 21, dachte ich. Und die Zeit vergeht so langsam oder so schnell. Ich bin total verwirrt, aber es hat einen guten Grund, warum ich verwirrt bin. Es ist nämlich so, dass Volto und Plone 6, also das Frontend von Plone 6, das werden wir noch vorstellen, das ist nicht, das gibt es schon eine Weile. Daran wird er schon seit einigen Jahren entwickelt. Und viele Firmen, Fred und ich, wir beide verwenden und arbeiten mit Volto schon seit einigen Jahren. Und ich habe bei den letzten Konferenzen schon Trainings über Volto gegeben. Und wir tun natürlich alle so, als wäre das schon längst der Standard. Dabei ist der offizielle Release, als das offizielle Frontend von Plone 6, war eben erst tatsächlich im Dezember 2022. Und das ist irgendwie gerade mal fünf Monate her. Stimmt, aber Plone ist schon mehr als 20 Jahre alt, alt oder mehr jung, mehr als 20 Jahre. Und so haben wir eigentlich schon immer Plone entwickelt. Es gab den letzten offiziellen Release und dann haben wir neue Sachen gebaut. Und das hat dann ein oder zwei Jahre manchmal für größere Änderungen oder Updates gebraucht. Und dann wurde es gesammelt. Inzwischen haben die Integrators und Developer selbst natürlich schon verwendet, was die da hinzugefügt haben. Und dann ist das, wenn alles da endlich da ist, dann wird es eingepackt, gewendet, rotes Strich rum. Und dann wird es die offizielle. Das war also Plone 6.0.0 im Dezember. Seitdem haben wir jetzt vier oder fünf kleine Patch-Releases gehabt. 6.0.1 bis 6.0.4. Die werden alle schön veröffentlicht auf dem Plone.org-Website, auf Englisch. Aber 6.0.4 hat wieder einige kleinere Verbesserungen und Änderungen gehabt. Also keine Sache, die, wenn Sie das hochladen auf dem eigenen Website, das alles abstürzt. Aber kleinere Patches und eine Nachbesserung war der Resource-Registry. Wir haben den Resource-Registry in Plone 6 vereinfacht. Es wird nicht mehr alles mit den Resources und Sachen gebündelt. Aber der Resource-Registry hat doch auch ein bisschen Caching gemacht. Und wenn man ein neues Add-on hochgeladen oder aktiviert hat in Production, musste man eigentlich bis Plone 6.0.4 den Plone-Seite auch nochmal neu starten. Und das braucht man nicht mehr. Der Cache wird richtig gelöscht. Und wenn ein Add-on noch Resources anmeldet beim Resource-Registry, funktioniert das alles innerhalb einer Sekunde. Okay, sehr gut. Also das ist... Es gab im Classic-Stack, was auch... Ja, sorry, dieses ist alles Classic-Stack. Das müssen wir doch erklären. Ja, da kommen wir aber noch drauf. Wenn wir noch Zeit haben, ich meine die Zeit, time flies. Also der... Geht schon. Im ganzen Classic-Stack ist viel aufgeräumt worden. Ganz viele, wie heißt es, Circular Dependencies, also Abhängigkeiten, die von A von B abhängig und B dann über eine direkte oder indirekte auch wieder von A abhängt, dann hat man eine zirkuläre Abhängigkeit. Und das ist schlecht. Und im Endeffekt müssen die alle weg. Da wird viel aufgeräumt. Und dann ist an Mosaik was aufgeräumt worden, an der Tiny-MCE-Integration. Und ich habe auch gesehen an dem Data-Grid-Field, also dieses ganze Ökosystem. Das Classic besteht ja nicht nur oder Plone besteht ja nicht nur aus dem, was man hier, wenn man es mal runterlädt und installiert kriegt, sondern es hat ein riesiges Add-on-Ökosystem, das von ganz vielen verwendet wird. Und da ist auch viel Arbeit reingesteckt worden. Und das wird jedes Mal natürlich auch überprüft, wie zum Beispiel, wie du sagst, Mosaik hat einige Verbesserungen klein bekommt. Easyform ist seit dem 6.0.0 Releaseart auch mehrere kleinen Updates gehabt, um 6.0.0 zu unterstützen. Und zur gleichen Zeit auch, wenn wir sagen, jetzt 6.0.4 von Plone insgesamt, dann bedeutet das jetzt bei Plone 6, dass es auch das neue Volto Frontend gereleased worden ist. Aber die haben unterschiedliche Versionsnummern. Also wir verwenden jetzt für den Plone 6 Serie, wird Volto 16 verarbeitet. Das ist ein Standalone Frontend. Es gehört zum Plone-Lieferumfang, aber ist doch ein separater Download, weil es ist eine komplett andere Technologie. Es ist ein JavaScript Stack. Und darin hat sich auch jetzt schon kleinere Änderungen, werden da immer noch in Version 16 hinzugefügt, zu was man jetzt zum Beispiel machen kann. Und das ist sehr wichtig auch für nächstes Jahr oder für was wir auch planen für Plone 7 und jetzt noch Plone 6.1. Man kann jetzt ein Theme, braucht man nicht mehr im Volto-Projekt selbst zu definieren, aber man kann ein Theme jetzt auch als Add-on anmelden im Volto Frontend. Und das heißt, dass man Teams weiterverwenden, teilen kann zwischen Projekten zum Beispiel. Und bis jetzt war es so, im Projektkonfiguration, dass eigentlich die Theme-Daten waren immer nur einmal hoch im Projektverzeichnis da. Und das kann man jetzt auch teilen. Und man kann, glaube ich, auch schon, man kann selbst Themes verschachtelt aufeinander verwalten, abhängig machen. Genau. Also das sind schon kleine Späse, Roman. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Da passiert viel. Ich auch noch nicht. Das ist seit gestern da. Das ist seit vorgestern da. Das ist auch alles Volto 16 und nicht Volto 17. Wann bekommen wir Volto 17? Das ist die interessante Frage. Das kommt nämlich erst mit Plone 6.1. Es ist natürlich schon da. Man kann es jederzeit verwenden. Es ist auch kompatibel mit Plone 6.0. Aber der offizielle Companion Release des Frontends ist Volto 16 Stack. Plone 6.1. Wir planen Plone 6.1 im Herbst. Absichtlich Herbst 23. Stimmt. Also jeden Monat gibt es einen kleineren Patch-Release für Plone 6. Plone 5.2 bekommt auch noch immer kleinere Verbesserungen. Aber die hören auf. Bugfixes hören auf auch im Herbst 23 dieses Jahr. Und ab Herbst 23 wird es nur noch, wenn es wirklich ganz große Lücke drin sind. Security Fixes. Die werden noch gemacht für Plone 5.2. Ist nicht wahrscheinlich. Also wir bekommen, wir haben, also in April haben wir Plone 5.2.12 ist da veröffentlicht. Aber wie gesagt, kleine Größeänderungen, kleinere Nachbesserungen werden noch gemacht. Und der Bugfixesupport endet im Herbst. Genau. Das bedeutet im Endeffekt, dass wenn man jetzt Plone 5.2 verwendet, dann hat man zwar eine Python-Version vielleicht laufen, die möglicherweise noch unterstützt wird. Ist auch nicht mehr in der Entwicklung von der Python Software Foundation. Und ab dem Herbst endet der Support für Features, für Bugfixes von der Plone Foundation. Und dann wird es Zeit, auf Plone 6 abzugraden, spätestens. Und der Upgrade, gerade beim Classic Stack, ist nicht schwer. Das ist relativ einfach. Man muss, je nachdem, wie das Theme aufgesetzt ist, hat man natürlich mit dem Theme zu kämpfen. Aber das ist bei jedem Release so. Wenn man nach Volto migriert, ist es natürlich ein bisschen eine andere Sache. Da muss man ein bisschen mehr bedenken. Ist aber alles dokumentiert. Gibt es schöne Sachen. Okay. Lass uns über Plone 6 reden. Ja, genau. Was ist eigentlich Plone 6? Wir haben schon ein bisschen mit Classic UI, Volto, React. Was ist da alles los? Was hat sich, was ist passiert? Also, mal kurz sagen, Philipp. Also, wir haben, dass ich vorhin gesagt habe, wir entwickeln Evolution. Man macht immer neue Sachen. Wir versuchen das. Wir schauen das. Wir sammeln das. Und eine dieser Marktrichtungen, oder was da mit Website Trends ist, ist schon acht bis zehn Jahre ein JavaScript passiert im Frontend. Das sind die Web-Apps, aber auch normale informativen Websites sieht man. Da ist doch sehr viel mehr Interaktion drauf, was man möchte. Auch Anbindungen von Drittanbietern, von hübschen Grafiken, Interaktion. Und dafür gibt es diesen JavaScript-basierten Frontend, die dafür sehr viel besser geeignet sind. Und das haben wir jetzt auch mit Plone 6. Plone 6, das Default-New-Standard-Frontend, was der Community auch, woran der Community und eigene Firmen, sehr besonders, kommen wir noch drauf, sehr viel Arbeit dafür gemacht haben in den letzten Jahren. Das heißt jetzt Volto. Aber das ist eigentlich das Default-Frontend für Plone 6. Genau, das heißt, das User-Interface, wenn man Plone installiert, das man bekommt, ist in JavaScript geschrieben, konkret in React. Wir hatten bei diversen Sprints und Konferenzen Diskussionen darüber, welchen JavaScript-Stack wir verwenden sollten, Angular oder React oder ganz was anderes. Und haben uns dann irgendwann auf React geeinigt und haben das Ding in React implementiert. Und das funktioniert wunderbar. Wir werden es auch gleich herzeigen. Aber vielleicht noch ganz kurz für die, die überhaupt nicht wirklich wissen, was Plone eigentlich ist. Das ist ein Content-Management-System natürlich. Man würde den Podcast wahrscheinlich nicht hören, wenn man es gar nicht weiß. Es ist in Python geschrieben und das ist eben der Clou. Das Backend und die ganze Maschinerie, die das am Laufen hält, ist in Python geschrieben. Das ist ein Python-Prozess. Und das Frontend für Plone 6 ist eben eine JavaScript-Anwendung. Aber es ist nicht das einzige Frontend. Wir sagen nämlich immer, das ist das Default-Frontend. Es gibt aber immer noch ein Classic-UI, das klassische User-Interface. Und das ist das, was Plone schon seit Plone 1 existiert. Das ist im Endeffekt vom Server gerenderte HTML-Seiten, also generierte HTML-Seiten, die im Browser gerendert werden. Wohingegen React ist ja völlig anders. Im Browser eben zusammenbaut erst. Und man hat, wenn man eine Plone-Seite neu anlegt, hat man eben die Wahl zu sagen, ich will das klassische Frontend oder das Standard-Frontend. Ein Standard-Frontend gibt einem React-basiertes JavaScript-Application, die über eine REST-RP mit dem Backend der Python-Applikation redet. Genau. Und diese REST-RP, das ist genau die Schnittstelle. Die war schon eigentlich vor sieben, acht, neun Jahren da. Es war schon immer möglich, um auf Classic Plone 5.2 oder Plone 4 auch mal, war es möglich, um ein eigenes, vollständig separates, unabhängiges Frontend zu bauen und das über REST-RP zu befragen und Daten auszuliefern. Dann geht eigentlich JSON, wird da hin und her geschoben im Editor. Man braucht das auch nur für Auslieferung, hätte man es verwenden können. Aber beim Plone 6, das neue Default-Frontend, Folto, gibt es sowohl die Auslieferung und das Ansehen von Website-Besuchern, aber auch die Editier-Umgebung ist auch mit drin behalten. Also man kann sich anmelden als Editor und kann man dann auch durch das gleiche Frontend, JavaScript-Frontend, auch Content editieren. Genau. Ich teile mal kurz meinen Bildschirm und zeige mal den ersten Blick davon her, damit man den Eindruck bekommt, was das bedeutet mit den unterschiedlichen Frontends. Das ist der erste Blick jetzt auf Plone 6 mit Volto. Das ist das Standard-Theme. Das ist jetzt die Demo-Seite. Da kann man auch wunderbar selber ausprobieren. Da kann man sich einloggen mit dem total geheimen Passwort Admin und Username Admin, Passwort Admin. Das ist natürlich eine Seite, die alle paar Stunden zurückgesetzt wird. Genau, dann wird es wieder. Genau. Ich bin jetzt gerade eingeloggt. Alles gelöscht. Also nicht zu viel Content da anmelden. Genau. Ich kann mich aber auch ausloggen und dann bin ich hier als Admin eingeloggt und dann habe ich ein User-Interface, das auch, wenn man damit noch nie gearbeitet hat, wenn man das nicht kennt, das sieht neu aus. Das ist ganz anders als das vorherige. Und hier ist ein Link auf die anderen Demo-Seiten, beispielsweise eben die Plone 6 Classic UI-Seite und das ist das klassische Frontend. Das bekommt man, wenn man eine klassische Seite installiert. Da kann man sich auch einloggen. Das Passwort ist in dem Fall Manager-Manager. Ich glaube, Admin Admin geht an der Stelle noch. Ist nicht eingerichtet. Ist ein bisschen ein anderes Step vom Setup. Genau. Und hat eine Seite. Wenn man schon mal mit Plone gearbeitet hat, dann sieht man irgendwie, okay, das ist Plone. Sieht aus, wie Plone immer ausgesehen hat. Vielleicht ein bisschen neuer. Da hat sich viel getan. Das ist Bootstrap-basiertes Theme und so weiter und so fort. Aber das sind die zwei unterschiedlichen Frontends. Aber die Logik und die Datenbank dahinter ist ein und dieselbe. Und die wird auch geteilt. Genau. Ja, und alle Business-Logik, Content-Rules, das Skalieren von Bildern, alles andere, was man da hinzugefügt hat. Das wird alles noch geteilt eigentlich durch beiden Frontends. Aber wie du gesagt hast, noch kurz, Classic UI ist auch zwischen Plone 5, 2 und 6, haben wir da vieles nachgebessert. Das ist auch ein Grund, wenn man nicht auf Folter upgraden möchte, um sich doch Plone 6 Classic UI zu überlegen. Weil Plone 5, 2 hat damals noch Bootstrap 3 verwendet und daran vorbeigingen alle Sachen mit CSS-Verbesserungen, mit CSS Grid, auch JavaScript ES6 Modules, ESM Modules sind jetzt drin. Unsere Patterns sind wieder ganz schön und sauber und verhalten sich wie zu den letzten JavaScript Standards. Also nur darum, wegen Verwaltung, wenn man Plone 5, 2 Sites hat und man sagt, ah, aber Folter React brauche ich nicht, dann gibt es noch immer diesen Classic UI, die auch noch wieder gepflegt wird. Genau. Also ich habe gerade parallel die 5.2 Demo aufgemacht, die gibt es auch für den Classic Stack. 5.2 ist ja die Version, da könnte man Stunden drüber reden, 5.2 ist die Version, die sowohl Python 2 als auch Python 3 unterstützt. Das heißt, man kann dieselbe Seite mit Python 2 und mit Python 3 laufen lassen, was es einem erlaubt, eine In-Place-Migration, ein Thema für einen eigenen Vortrag, zu machen, indem man die Datenbank in Python 2 zum Laufen bekommt, in Plone 5, 2, dann einen Migrationsschritt laufen lässt gegen die Datenbank, während die Seite nicht läuft und dann dieselbe Datenbank oder die abgegradete Datenbank kann man dann in Python 3 laufen lassen. Und von dort kann man dann weiter nach Plone 6, dass kein Python 2 mehr unterstützt. Weil Python 2, um ehrlich zu sein, hallo, 1.1.2020 ist Python 2, seitdem ist es tot. Das heißt, diese Seite, die läuft natürlich auch mit Python 3, in dem Fall 3.8, was auch schon eine etwas ältere Version ist, weil, aber das ist, glaube ich, die letzte Version, die von Python, äh, von Plone 5.2 unterstützt wird. Ja, stimmt, dafür wird alles getestet. 3.9 geht auch, aber es kann sein, dass so ein paar Sachen kaputt gehen, also vorsichtig. Also, wenn man das Neueste haben will, dann hier, ähm, Plone 6.0.4. 4, seit gestern. Bei der Update, genau, äh, Python 3.11, Python 3.12 ist in Arbeit, ist ja auch noch nicht offiziell released. Ähm, und der Unterschied ist schon groß und ganz toll. Okay. So, das ist Classic UI, weiter aber mit Volto. Genau, ähm, ja, was ist Volto? Ähm, ich habe ganz kurz schon Seiten angelegt und bearbeitet, oder bearbeitet, dann sieht man das. Äh, vielleicht ganz, äh, als, als Basis nochmal, was ist Plone, als Content-Management-System, kann man damit Seiten, also normale Webseiten, komplette, riesige, komplexe Portale, mehrsprachige Seiten und auch riesige Intranets und Anwendungen bauen. Also, Plone ist wirklich die eierlegende Wollmilchsau unter den, äh, unter den Content-Management-Systemen und, äh, wenn man einmal mit Plone gearbeitet hat und dann gezwungen wird, mit einem anderen CMS zu arbeiten, ähm, dann kann es Überraschungen geben. Dann kann es Überraschungen geben, weil Features einfach in anderen nicht existieren oder irgendwie, äh, Probleme neu oder anders gelöst werden oder nicht so gut gelöst werden, die wir vor 10 oder 15 Jahren zum Teil schon gelöst haben. Also, Plone, ähm, im Englischen heißt das immer so schön, äh, it blows the competition out of the water, äh, äh, das, ähm, reflektiert sich interessanterweise nicht im Market-Share, also, ich meine, der Market-Share von Plone, sonst würden alle über Plone reden, ist nicht der von WordPress, aber was das Feature-Set, die Funktionalitäten, äh, äh, die Erweiterbarkeit, die Sicherheit, äh, die Usability, ähm, angeht, ähm, ist, ähm, Plone sucht wirklich seinesgleichen. Das ist bemerkenswert. Und einer der Sprüche, der das irgendwie heimbringt, äh, ist, Plone only has one feature, there is nothing it cannot do. Ähm, heißt natürlich auch, dass es Dinge gibt, die eine blöde Idee sind zu machen. Wenn man gegen das System arbeitet, ist man nicht gut. Aber das ist nicht so auf der Freien. Auf Niederländisch sage ich immer, wir haben da zwei, äh, in Niederländisch haben wir zwei Wörter, es, es, äh, äh, es kann oder es ist möglich. Und es kann heißt, man kann das so gleich machen, ohne, ohne Zeit, äh, daran noch zu spendieren. Und es ist möglich, dann brauchen wir noch etwas zu verbessern oder programmieren oder was auch. Und fast alles ist möglich in Plone, aber nicht alles kann und man soll auch nicht alles, äh, äh, möglich machen. Das ist, das ist absolut richtig. Stimmt. Man kann alles möglich machen, das habe ich, ich habe das natürlich auch immer mit Kunden, kann man das und das machen? Die Antwort ist immer ja, aber ob man es sollte, ist eine andere Frage. Ganz oft ist es sollte und könnte, ja, gute Idee können wir gerne machen, aber manchmal muss man echt länger drüber nachdenken, ob es eine schlaue Idee ist. Aber das ist mit allen Systemen so, das ist Plone natürlich nicht speziell. Aber vielleicht ganz kurz, ähm, ich, eine Liste, äh, ohne die Sachen zu zeigen. Ähm, es gibt, äh, Inhaltsdateneingabe, validierte Dateneinhabe basierend auf Schemen, das heißt, wenn man was Falsches eingibt, ein Datumsfeld irgendwie einen Namen eingibt, dann kriegt man eine Fehlermeldung. Oder wenn man statt einem Bild irgendwie versucht, eine Textdatei hochzuladen, kann man Fehlermeldungen bekommen, wenn man möchte. Äh, es gibt Kollektionen, das sind gespeicherte Suchen, es gibt Mehrsprachigkeit, es gibt eine facettierte Suche, es gibt die Möglichkeit, Arbeitskopien anzulegen, das heißt, äh, Mitarbeiter 1 legt was an, äh, geht in, ähm, ähm, reicht es ein an jemanden, der macht eine Kopie davon, wer arbeitet da dran, reicht es dann später. Also so unglaublich komplexe Dinge kann man damit bauen. Ähm, ähm, der Workflow, über den habe ich, äh, den habe ich jetzt gerade schon angeteasert, mehr oder weniger. Locking, das heißt, dass man nicht, äh, dass man nicht was bearbeitet, an dem gerade jemand anders steht. Link-Integritätsprüfung, dass man nicht irgendwas löscht, was schon existiert, äh, was man, was man eben eine Seite löscht, die von einer anderen Seite referenziert wird und dann quasi einen kaputten Link generieren würde. Äh, die Navigation ist natürlich dynamisch, es gibt eine Suche, es gibt einen CRSF-Schutz, es gibt automatische Events, Content-Rules, in denen man, äh, schreiben, äh, von Hand ohne irgendeinen Strich zu programmieren sagen kann, sobald, äh, ein User aus der Gruppe so und so einen Inhaltstyp Nachricht veröffentlicht, dann soll an die Benutzergruppe so und so eine E-Mail mit folgendem Text rausgehen. Keine Zeile programmieren. Oder ladet man irgendwo eine, eine Image-Datei hoch, dann kann man das automatisch zu meinem Image, äh, äh, Verzeichnis, äh, kopieren zum Beispiel. Und das sind alles programmierbar bei den, äh, bei den Enttunen. Und etwas zum, zum Developer-Experience, was ich da meistens, wenn ich da programmiere, frage, ja, Plon, hm, hm, das, hör mal, bei meisten, bei vielen anderen CMSern, wenn man da als Developer, also diese Developer-Experience, wenn man da etwas überschreiben, äh, möchte, weil man es ändern möchte für das eigene Projekt, dann muss man es auch buchstäblich überschreiben. Man muss die Source-Quellen anändern und, aber wenn es dann ein Update gibt, dann muss man das wieder, äh, mal, mal, äh, vergleichen, hey, habe ich etwas vom Core-Modulnet geändert und, und Plon macht das anders, das basiert auf beiden und es gibt da eine Art Komponentensystem, wo man eigentlich, äh, nicht die Quelldaten vom Core-Lieferumfang, vom Core-Distribution ändert, aber was man macht, ist, man, man registriert eine Änderung drauf und die beiden Sachen bleiben dastehen. Man kann sehr einfach, Plon 604, Plon 605, was auch immer, die Registrierung wird da oben und es ist, das, da, es kostet etwas, etwas Kapazität, um das alles zu verstehen und es ist nicht einfach, aber wenn man das hat, dann wird es, dann wird es viel einfacher, um kleine Updates und andere Sachen einzuspielen, ohne dass alles gleich abstürzt oder dass man keine Ahnung mehr hat, was eigentlich die, die Maß, die kustomisierten Änderungen sind, zum Vergleich zum Core-Lieferausgang von Plon. Und das ist etwas sehr Wichtiges und das ist nicht zu verstehen eigentlich, wenn man es nicht, äh, verwendet hat. Also brauchen wir jetzt nicht zu schauen, aber sehen zu lassen, aber das ist auch so eine Developer Experience, die es eigentlich in viele andere Systeme eigentlich nicht gibt. Das ist, das ist wahr. Das ist, diese, diese Erweiterbarkeit ist wirklich das Kern, eines der Kernfeatures von Plon und das sieht man, klar, es gibt auch unterschiedliche Systeme, die unterschiedlich aussehen können, die kriegen unterschiedliche Themes, aber da, dass das, dass das alles so modular ist und man das schön erweitern kann und das dafür gedacht ist, dafür programmiert ist, um erweitert zu werden, ähm, ist einfach ganz, ganz toll. Ähm, und das, das äußert sich auch daran, dass es in, äh, oder das, das zeigt sich dann auch darin, dass es in Plon über 2000 Erweiterungen für Plon gibt. Ähm, Volto ist, wenn man eine Liste mit, mit Erweiterungen sucht, dann, dann gibt es zwei, äh, zwei gute Ziele dafür, das ist die Awesome Plon-Liste, ist auch alles verlinkt auf Plon.org, hier die Webseite von Plon, da gibt's ganz unten, gibt's dann Links irgendwie, äh, irgendwo steht, steht Erweiterungen für Plon oder sowas, Add-ons für Plon und, äh, dann kann man, das ist eine kuratierte Liste, da kann man sagen, hier irgendwas über Multilingual oder über, 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 über Formulare und so weiter und so fort und dasselbe gibt es auch für Volto, da kommen wir dann gleich zu und es gibt noch eine komplette Liste, das ist die Plon-Add-on-Galerie, die ist nicht kuratiert, die holt sich, zieht sich alle Daten, die auf PyP, was der Python-Package-Index ist und da kann man sagen, filtern für die Plon-Version hier 6.0 oder 5.2 und, ähm, ich will, äh, Sachen, die ein Add-on sind oder ein Theme sind und ich will nach einem Namen suchen, das ist ein ganz tolles Tool, dass alle Add-ons, die für diese Versionen im Endeffekt kuratiert, äh, nicht kuratiert, sondern registriert sind, äh, von PyP zieht und eben diese ganz alten Sachen, die man für Plon 2.5 oder sowas, die man eben nicht braucht oder nicht mehr verwenden will, ähm, gar nicht erst anzeigt. Das heißt, wenn man auf, äh, PyP nach Plon sucht, würde man eher erschlagen werden. Also der, das ist die Erweiterbarkeit, die äußert sich da drin. Also, Demo. Demo, Volto. Gut, ich habe hier jetzt, ähm, eine lokale Seite laufen, das ist Localhost 3000, das ist, ähm, die hat auch, das Frontend gibt es auch, Localhost, äh, läuft beides auf meinem Rechner, Localhost 8080, das ist dann quasi der, der, ähm, die API, das Backend, das zu dem Frontend passt. Der Content-API. Genau, die Content-API. Die Content-API steckt drin, Business-Rules stecken drin. Und der, der Clou, und wir haben jetzt echt lang geredet, bis wir zu dem Clou kommen, der Clou an Volto ist die, äh, Editor-Experience, das, die, die, die Erfahrung, äh, der, der, das User-Interface für die Benutzer beim Arbeiten. Wenn man nämlich auf Bearbeiten klickt, hat man nicht mehr, wie im klassischen Plon, so eine, eine Liste mit Formularen, die hat man immer noch, also so Formularfelder hier auf der rechten Seite sieht man die ganz gut, die kann man auch immer noch groß machen, und da hat man dann diese ganzen Felder, wo man sagen kann, hier, ich will ein, äh, siehe auch Feld befüllen mit, hier, siehe auch eine Nachricht beispielsweise. Ähm, der Clou ist auf der linken Seite, im Kernbereich hat man jetzt einen Block-basierten Editor. Warum ist das ein Block-basierter Editor? Weil diese, man sieht es, glaube ich, ganz gut im Screenshare, man hat hier jeden, jeden Absatz, jeder Absatz ist ein Block, den man hin und her schieben kann, und es gibt Blöcke mit, von unterschiedlichem Typ, beispielsweise ist das hier, ist ein Image-Block mit einem netten Penguin, ähm, und diese, diese, diese Blöcke, die können auch konfiguriert werden, äh, das ist jetzt beispielsweise der, der Bild-Block, der ist jetzt nach groß gewesen, oder jetzt habe ich ihn nach rechts konfiguriert, oder ich mache das Bild ein bisschen kleiner, ich mache es mittig, ich mache es plötzlich ganz groß, dann brauche ich natürlich die hohe Skalierungsstufe, damit das Bild dann nicht irgendwie so aussieht, das will ja niemand, ähm, genau, also wo wir früher beim, beim, beim Standard-Dokument-Content-Typ hatten wir da ein, äh, in den letzten Versionen ein Tiny-MCA, äh, äh, what you see is what you get, was ist das auf Deutsch buchstabiert? Nee, brauchst du jetzt nichts zu machen. What you see is what you get kennt man auch in Deutsch, das ist ein deutsches Wort. Genau, aber das war, da hatten wir eigentlich nur ein Tiny-MCA, und wir haben da immer mit, wenn man das erweitern möchte mit Content, da haben wir da mit Schablone gearbeitet, oder mit Vorlagen dahin stecken, oder, oder doch ein bisschen, äh, HTML im, das heißt wie auf holländisch Unterwasserschirm, dass man sieht da, um da noch etwas mit Layout zu machen, das war immer ein bisschen kompliziert. Und das ist jetzt dieser Composite-Page-Editor, äh, am linken Seite jetzt dieser Blocks-Layout, kann man ganz bequem, und ohne, äh, äh, allzu viel Kenntnisse oder HTML-Kenntnisse, kann man da einfach sehr viel mehr machen, und die Blocks sind jetzt eigentlich der, der neue, die neue kleinere Containers, äh, womit alles aufgebaut wird, und das geht eigentlich nicht, äh, 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 mühsam, dass man sehr viel, man kann einfach weiter tippen, 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 Enter, Enter macht automatisch ein neues Textfeld, ein neuer Paragraph, und so baut man eigentlich die Seite ganz bequem, als Editor kann man die diese aufbauen. Genau, und, ähm, der Standardblock ist der Textblock, mit dem habe ich jetzt gerade ein bisschen rumgespielt, gezeigt, dass man da auch formatieren kann, äh, Links einfügen kann, Überschriften, man kann irgendwie hier Texte zu Überschriften machen, das ist dann, puff, das hier ist dann plötzlich eine Überschrift, ein H2, das hier ist natürlich der H1, das ist klar, sonst ist das Semantische ja nicht sauber, das heißt, wenn man hier Enter drückt, dann wird ein neuer Block angelegt, man kann auch so ein Soft, äh, so ein Soft-Shift, dann kann man so einen Zeilenumbruch machen, das ist aber auch, äh, äh, Soft, Enter, wie auch immer, äh, machen, und wenn man jetzt sagt, okay, ich will was anderes als einfach nur Text, äh, dann hat man hier ein Pluszeichen, dann hat man standardmäßig einige Blöcke, die mitgeliefert sind, hier sind jetzt wirklich nur, nur die Standardblöcke, es gibt noch viel mehr, aber nur die Standardblöcke, weil wir dachten, für ein Video, das nur eine halbe Stunde dauert, reichen die Standardblöcke völlig aus, also der Standardblock ist natürlich irgendwie Text, es gibt auch die Description, das ist dann die Beschreibung von dem, äh, von, von dem, äh, Feld, das sollte man quasi als, das, das Beschreibungsfeld, äh, zack, äh, das gibt's auch, das, äh, kann man auch hier schön sehen, also hier habe ich eine, nein, hier habe ich eine Textnachricht angestellt, die hat eine, äh, eine Nachricht angelegt, ein News-Item, das hat ein Beschreibungsfeld, und in einem, einem, einem Listing, da komme ich dann sofort zu, erscheint dieses Beschreibungsfeld, äh, auch hier automatisch. So, Listing, was ist, warum? Das ist doch eine Kollektion, wer schon mal mit Plon gearbeitet hat, weiß, dass, äh, irgendwie, Listing ist eine, eine Kollektion, ist eine gespeicherte Suche, das ist ein eigener Blog, ich lösche den jetzt mal, dann leg den neu an, und klicke auf Plus, und wenn ich Listing sage, das ist wirklich der, einer der tollsten Blöcke von allem, kann ich sagen, hier beispielsweise Nachrichten, habe ich meine, meine News, die Überschrift kann ich sagen, das ist ein H2, das passt, und dann kann ich Kriterien definieren, sagen, welche, was soll da drin erscheinen, was ist das Suchergebnis, das ich haben will, nämlich Inhaltstyp, Nachricht in dem Fall, weil das ist halt das Listing der neuesten Nachrichten auf der Webseite, und dann sage ich, sortiert werden soll, das Ganze, ähm, nach dem Freigabedatum, also wenn es veröffentlicht wurde, und zwar umgekehrt, damit das neueste oben ist, und dann ist es gespeichert, und schon habe ich, zack, eine Liste der Nachrichten auf der Seite unten angelegt, das sich automatisch aktualisiert, also sobald ich hier sage, ich lege eine neue Nachricht an, die dritte wäre das dann, äh, mach ein bisschen Dings, veröffentliche das, also hier Workflow gibt es natürlich auch, ist klar, veröffentliche jetzt die Seite, zack, hier, die dritte erscheint da, weil die jetzt keine Beschreibung hat, erscheint die Beschreibung dann nicht in der Liste, sobald ich das aktualisiere, erscheint es in der Liste, ähm, das ist wirklich ganz toll, und was auch wirklich schön an diesem, diesem Blog-Editor ist, das ist so ein richtiges, dieses WYSIWYG, Nachrichten, sieht man das hier, ich tippe hier auf der rechten Seite, und Termine, ist keine gute Idee, die zu, zu, die zu mischen, aber ich könnte irgendwie sagen, Nachrichten und Termine, das heißt, ich tippe was und sehe sofort, wie das für den Benutzer am Schluss aussieht, und diese Blöcke, die sind unfassbar leistungsfähig, die können nämlich auch unterschiedliche Varianten haben, ich kann beispielsweise sagen, hier, dieser Blog, der soll gestallt werden, als Summary mit Bildern, ja, und sobald ich das speicher, äh, sieht es eben derart aus, da könnte man vielleicht vom CSS noch ein bisschen was machen, da gibt es auch Varianten, mit denen man arbeiten kann. Philipp, es ist nur eine Kurzführung, vielleicht sollen wir mal kurz mal erklären, Leuten, die jetzt schon Plone sich auskennen mit Plone, mit Plone 5, und dann auch mit Plone Classic UI, und jetzt dieses alles Neues sehen, das ist auch, warum wir jetzt sagen, äh, äh, Plone 6 hat Folter als Default, äh, Frontend, aber man kann auch immer Classic UI verwenden, weil, um dies alles zu ermöglichen, habe sich, äh, sind jetzt auch kleine Änderungen im Backend, äh, brauchen wir, weil genau dieses Listing-Teil, das war im, äh, in der Plone 5, 2 Serie und davor haben wir dafür immer das Collection-Konto-Typ gehabt. Das Collection-Konto-Typ war, äh, letztendlich eigentlich nur ein Dokument mit auch ein extra Listing-Teil dazu, mit ein Suchkriterien und dann wurde das aufgelistet. Die brauchen wir jetzt nicht mehr, weil, was ist jetzt doch, was du eben gesagt hast, was ist der Unterschied zwischen Collection und Document? Ein Collection ist nur ein Dokument mit irgendwo einer Liste auf der Seite, und das macht man jetzt mit einem Blog dazu. Ähm, etwas anderes, was sich geändert hat, weil wir, weil es jetzt so bequem und einfach ist, um Bilder hinzuzufügen, ist es für Editor fast langweilig, um separat Bildchen zu managen und hochzuladen. Also, was wir jetzt gemacht haben mit dem Default-Setup für Plone 6 mit Foto Frontend, ist, dass wir haben kein Verzeichnis und kein separates Dokument, das hat jetzt ein, äh, ein, ein, ein Dokumentverzeichnis, so wie zu sagen, so dass man sehr bequem einfach Bilder hochladen kann und die werden alle innerhalb, äh, äh, dem Folderish-Page, werden die hochgeladen, so dass die, die auch nicht mehr, äh, 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 so dass man nicht separat verwalten muss mit Image, äh, 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 man kann es machen, wenn es, äh, wenn man es braucht für Content-Verwaltung, aber es ist nicht zwangshaft. Und das meint auch, dass, äh, wenn man von Plone 5, äh, Classic UI nach Plone 6 Folder, äh, äh, upgraden möchte, da muss man sich doch schon vorab gut, äh, äh, beraten lassen oder das selbst schauen, hey, wie gehen wir von den Content-Typ-Definitionen in Plone 5 nach die Content-Typ-Definitionen für Plone 6, weil die viel, äh, 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 bequemere Blocks-Layout, äh, 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 Editiererfahrung braucht auch im Backend äh, äh, einige Änderungen. Und das hast du ganz gut gemacht, Philipp, soll ich sagen. Du hast das, glaube ich, letztes Jahr beim Sprint hast du noch sehr, äh, äh, sehr viel daran gearbeitet mit anderen Leuten, um diese Migration, weil es gibt schon eine Migration, hier gibt es dafür, aber man muss sich darüber richtig, äh, äh, Gedanken machen. Das ist richtig. Äh, hier sieht man das auch ganz schön. Ich hab das, ich hab jetzt diese Seite eben angelegt mit dem bizarren Titel und hab in der Seite danach, äh, äh, beim Bearbeiten einen Image-Block angelegt und das Bild ist standard, äh, standardmäßig dann innerhalb der Seite gelandet. Also eine Seite ist, ist einfach ein Strukturelement, die nicht, nicht flach ist, sondern es ist gleichzeitig ein Ordner. Man kann beliebig viele Inhalte da drin anlegen. Ja. Und der Ordnertyp, der erscheint hier gar nicht mehr, weil man stattdessen einfach immer Seiten nimmt und in Seiten einfach standardmäßig dann ein Listing-Block, der die Inhalte, also wenn man jetzt ein Listing haben will, ohne, nicht mit Text, sondern so, das ist eine Liste von eben den Inhalten, die da drin ist, und dann erscheint das, äh, es ist die Standardvariante von einem, äh, von dem Listing, ist eben tatsächlich der Inhalt von dem Ordner. Also wenn ich hier einfach auf Speichern klicke, dann, das ist mein Listing. Früher war da, war das automatisch da, jetzt kann man eben so ein Contained-Items-Ding irgendwie standardmäßig anlegen. Das ist schon unglaublich, äh, toll. Ähm, Gott, noch ganz kurz vielleicht ein paar, die, die anderen, oder nicht, nicht alle, aber zumindest, dass es ein paar mehr Blöcke gibt. Ähm, es gibt, äh, natürlich ein Videoblog, da kann man eine URL von beispielsweise einem YouTube-Video oder sowas anlegen. Man kann, was auch ganz toll ist, man kann... Mach mal, Philipp, mach mal in ein leeres Textfeld Slash. Leeres Textfeld? Leeres, also Type-Text. Ja, Slash. Ah, sehr schön, ja, eine, eine, eine Suche. Genau, also man kann auch, über die Tastatur kann man einfach Blöcke wählen, und das muss ich auch sagen, ich verwende jetzt, jetzt Folto für einige Zeit, und es sieht so, da ist das betrügerisch einfach, weil es ist sehr einfach, aber man kann zum Beispiel, das wusste ich gar nicht, man kann auch mehrere Blöcke selektieren, in die Zwischenablage sichern, äh, 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 und dann nach ein anderes, ein anderes Dokument gehen, Blocks Layout, und dann wieder, äh, diese wieder kopieren. Das ist auch alles drin, aber es ist doch, der Interface muss, muss noch, braucht noch ein bisschen Nachbesserung, aber man kann auch sehr einfach, äh, die Blöcke kopieren, von einem, von einem, äh, Quellendokument nach anderen Dokumenten. Es ist sehr viel drin, aber... Ja, wenn ich hier auswählen, Shift drücke, also Umschalttaste drücke, dann kann ich mehrere auswählen, kann ich die ausschreiten, löschen, kopieren, ich kann auch meine Änderungen rückgängig machen, also ich kann hier Copy machen, und das dann alles plötzlich hier und hier... Ja, der User Interface, User Interface ist sehr clean, aber, aber sehr viel ist schon doch, äh, drin. Ja, wusch, plötzlich sind die da, das ist schon bemerkenswert, also das war früher, ähm, völlig undenkbar, sowas. Genau. Ähm, es gibt, ähm, okay, äh, zumindest kurz erwähnen die anderen Blocktypen, wie war das? Slash, ganz toll, äh, Hero habe ich gerade gezeigt, HTML-Block, da kann man einfach HTML reinpasten, und es wird dann gerendert, Bild hatten wir schon, Listing hatten wir schon, Maps ist klar, ist eine Karte, Search zeigt sich gleich, ist wahnsinnig toll, ja, Search, ja, ja, Search ist toll, Teaser ist auch ganz toll, ich glaube, Teaser und Search sollten wir kurz zeigen, ähm, Search, Search ist ein unglaublich leistungsfähiges Feature, wer mit Classic Plone jemals gearbeitet hat und EA Faceted Navigation kennt, das ist, oder, oder, äh, Collective, ähm, wie heißt das, äh, Listing Blocks, Listing, äh, ja, Collective, Collection Filters, Collection Filters, genau, das ist im Endeffekt so ähnlich, ähm, das ist ein, ein konfigurierbare Suche auf der Seite mit Kriterien, die man vordefinieren kann, das heißt, ich kann beispielsweise sagen, äh, die Kriterien, nach denen man suchen kann, sollen in, ähm, halt jetzt, ähm, das ist das, das sind die Basiskriterien, das war ich einen Schritt zu schnell, hier sind die Facetten, genau, ich kann sagen, Facetten, das ist dann der Typ, und dann sage ich, das Feld, nachdem gesucht werden können soll, ist der Inhaltstyp, und, äh, das Ganze sollen Checkboxen sein, und man soll mehrere gleichzeitig auswählen können, sieht man sofort hier von Radio Buttons, wechselt das auf Checkboxen, ähm, jetzt habe ich nicht so wahnsinnig viel Inhalt in dieser Testseite, aber das reicht auch schon, um herzuzeigen, dass ich eine Suche habe, innerhalb dieser Seite, die ich vorfiltern kann, beispielsweise nur Nachrichten, und dann kann ich hier sagen, nur Nachrichten der Abteilungen X und Y, hier kann ich, habe ich jetzt halt konfiguriert, alle Bilder, alle Nachrichten, und alle Seiten, oder, oder alle Seiten, und dann kann ich hier die Filter anzeigen, das ist schon, und das ohne ein Add-on zu installieren, ohne eine Zeile zu programmieren, das ist einfach unfassbar leistungsfähig, ich bin immer wieder sprachlos, wenn ich das sehe, diesen Listing-Block, was die da mitgemacht haben, das, das, ähm, das, ähm, das gibt es einfach. Und du hast eben gesagt, dieses Teaser-Block, das, der ist eigentlich erst bei Point 6.0, drei oder vier, der hinzugefügt, und so gibt es noch mehrere Blöcke, die sind, äh, schon von Integratoren, äh, entwickelt, die letzten, äh, zwei, drei Jahren, sind schon erweitert, aber, ja, streiten, ist, ist, äh, ein bisschen schlimm, das zu sagen, aber da muss natürlich der Beste, oder mit Änderungen und Erfahrungen werden diese Blöcke auch, äh, äh, weiter in Core hinzugefügt, wie üblich, was wir so gesagt haben, so hat Plone sich immer entwickelt, ähm, wenn immer noch mehrere Blöcke, äh, in den nächsten sechs bis äh, 24 Monate, äh, bei neuen Plone-Releases werden hinzugefügt. Genau, also das ist der Teaser-Block, das ist im Endeffekt, das ist ein interner Link, der einen, einen Inhalt, der auf der Seite existiert, äh, in einer Standard-Methode, auf eine Standard-Methode, äh, Art und Weise rendert, und das, das Tolle an dem ist, das kann alles überschrieben werden, also wenn man den Inhalt auswählt, dann wird automatisch, hier werden die Daten befüllt, aber ich kann mir sagen, ja, die Beschreibung von diesem News-Item war gut, aber der ging davon aus, dass man schon wusste, worum es geht, und in dem Fall wissen wir es aber nicht, dass man... Beim Teaser weiß man das nicht, äh, was ganz neu ist. Ja, das ist ein gutes Bedürfnis. Und man kann die, auch die, die, hier so gewisse Layout-Änderungen machen, das ist schon bemerkenswert, das ist in, glaube ich, der, der vorletzten Volto-16-Version ist es in, in Volto-16 reingekommen, und eben in, damit kommt, ist es Teil von Plone-604, ähm, wo es kann sein, dass ich jetzt lüge, dass es in 16, doch, das ist in 16, der Teaser-Block ist auch in 16 noch reingekommen, weil es kein Breaking-Change war, das war nur eine Edition. Aber ich, vielleicht lüge ich. Genau, Semantic-Version, aber es ist jetzt, es ist jetzt im Lieferung, äh, Lieferungfang ist es dabei, und es werden noch mehrere Blöcke, wenn es sicher noch kommen. Und so wie wir jetzt schon, äh, bei Default ein Map-Widget haben und andere Sachen, es ist für Editore einfach sehr, viel, viel bequemer jetzt, um, um, um dynamische Inhalte oder um, 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 von anderen Quellen oder nicht nur Bildchen, aber auch, äh, auch Karten und andere Sachen hinzuzufügen. Äh, genau. Und wenn man, wenn man neue, weitere Blöcke will, äh, oder sucht für irgendwelche, äh, für eigene Projekte, dann geht man auf Awesome Volto und findet hier ganz tolle, ganz tolle Blöcke und, äh, Add-ons für Volto, die man verwenden kann, um seine Seite, äh, seiner Seite noch mehr Fähigkeiten beizubringen, als die, die jetzt in den Demo, in der Standard-Demo-Seite, die wir jetzt hergezeigt haben, äh, drin sind. Also, Philipp, das war's, glaub ich, schon bei einer Vorführung, weil, wie üblich, was wir bei TPN machen, mit unserer englischen Variante, haben wir auch immer, dass wir, äh, sagen, oh, 40 Minuten, dann wird es 60, oh, sagen wir 45 Minuten, dann wird es 70. 40, und wir haben erst, wir haben schon 40 Minuten jetzt, also, mal, ja, ja, also mehr als 30, äh, äh, Minuten, also, ja, schön mal das mal, auf Deutsch, mal kurz eine Kurzvorstellung, äh, von, von, von Plone 6 Volto, ähm, ja, ich war da 20, 2019, war ich da zum letzten Mal, glaub ich, nee, 2020 war das zum letzten Mal, bei der Plontagung, der Februar, äh, in Dresden, hatten wir in der letzten Plontagung, ähm, wird es da irgendwie etwas geben? Das wäre schön, also, wir, wir hatten die, letztes, letztes Jahr drüber geredet, bei der Konferenz, hab ich mit Mike drüber geredet, wie sieht's denn aus, ähm, Mike Derstappen, einer, der übrigens Plone Add-on Gallery geschrieben hat, neben vielen anderen tollen Dingen, die er tut, äh, ist eher so ein bisschen der Koordinator von der Plontagung, der deutschsprachigen, heißt nicht, dass es alles selber organisiert, das machen die lokalen Organisatoren, aber wir hatten mal diskutiert, wie sieht's denn aus, nächstes Jahr, wär was möglich, Frühjahr 2024, äh, Wolfjahr 2023 ist es zu spät, alle planen schon auf die Plonkonferenz ins, ins Baskenland zu fahren, im Oktober, ähm, das wäre schon schön, ähm, mögliche Locations wären irgendwelche, irgendwelche Universitäten, idealerweise natürlich Universitäten, die Plon verwenden, was sich da anbietet, ist, ähm, Gießen, Marburg, Bonn, Freiburg, äh, Berlin, äh, München, also es gibt Oxford, okay, Oxford ist jetzt nicht in Deutschland, aber man könnte trotzdem eine deutschsprachige Tagung da machen, also es gibt viele mögliche Ziele und wir müssen mal, ähm, mit, mit den Universitäten reden, ob das, ob die Teams da gegebenenfalls bereit wären, eine Plontagung, ähm, dort zu hosten, das wäre schon toll, wenn mal wieder eine Diplom-Community, die in Deutschland ja schon sehr, sehr stark ist, also es gibt ganz viele Deutschsprache, also Firmen in Deutschland, viele, unglaublich viele Universitäten und Firmen, öffentliche Einrichtungen, private, äh, Projekte mit Plon, das ist schon einer der größten Märkte, äh, für Plon, interessanterweise. Warum das so ist? Genau, wir haben da schon darüber privat diskutiert, wie ist das in Deutschland gegenüber anderer Länder, kann man in Europa mal kurz mal vergleichen, warum ist es so populär in deutschsprachigem Raum? Äh, Veranstaltungen viele, weil nächster Monat, muss ich noch kurz mal pluggen, gibt es schon, doch eine Veranstaltung schon in Deutschland, wir haben, Plon wird entwickelt über, auch online und, und, äh, als sind wir dahinter, Rechner, abendspät, äh, machen wir noch etwas, aber wir haben auch Sprints, wo wir zusammenkommen und nächsten Monat, gibt es vom 15. Mai bis 19. Mai, gibt es den Beethoven Sprint zum vierten Mal in Bonn, äh, äh, leider, wir haben da Platzmangel, äh, äh, GitConcept organisiert wieder, äh, diesen Beethoven Sprint, GitConcept, aber man kann auch immer remote teilnehmen, wir werden das auch, äh, unterstützen, äh, mit den Leuten, die da vor Ort sind, äh, um, äh, zu helfen, die Leute, äh, remote anzubinden, äh, GitConcept ist eine der Firmen, der, äh, angefangen hat, äh, Volto zu, zu bauen, äh, äh, 2016, 2017, äh, und es ist auch eigentlich eine, eine der, 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 der vier oder fünf Integratoren, die das wirklich, äh, äh, damit angefangen hat und das jetzt, äh, noch immer voranbringt. Ja. Also es wird sehr schön, um da wieder zu sein, äh, wir hatten schon einen, äh, äh, sehr, äh, äh, strategischen Sprint im Februar in Österreich, auch deutschsprachig im Raum, also, äh, äh, aber das ist dann für, äh, äh, auf deutschsprachig, äh, es gibt natürlich noch mehrere Sprints, äh, äh, die auch, glaube ich, hier mit diesem World Plone Day, äh, noch präsentiert, äh, äh, werden in andere, äh, äh, in andere Talks. Ein, ein wichtiger Punkt bei, bei dem Sprint, äh, äh, auch in Bonn, nicht nur dort, aber bei allen Sprints wird auch über die Zukunft von Plone geredet, weil die Zukunft von Plone, weil es Open Source ist und zwar von einer, äh, einer Stiftung gehört, der Plone Foundation, ähm, äh, wird nicht von der Firma oder von, von den Firmen, äh, definiert, die mit Plone arbeiten oder Geld verdienen, äh, sondern von der Community insgesamt und so ein Sprint ist die perfekte Gelegenheit, um zu diskutieren, in welche Richtung will man denn mit dem Feature, mit jedem Feature, mit diesem Vorschlag, mit jenem Vorschlag gehen. Ähm, das heißt, wenn man da dran teilhaben will und das, äh, das einen interessiert, ist, äh, die Teilnahme an dem Sprint, ähm, ähm, eine, eine ganz tolle Idee. Äh, auf der, auf einer Konferenz ist klar, auf einer deutschsprachigen Plone-Tagung passiert sowas natürlich auch. Immer, wenn Plonisters zusammenreden, versuchen sie, die Welt neu zu erfinden oder Plone zu verbessern. Okay, äh, viel Spaß noch beim World Plone Day. Genau. Das war unser kleiner, kleiner, äh, TPN 15D, äh, Äh, alle wissen jetzt, wovon das jetzt zählt, einer, kleiner Ausflug. Genau, ähm, es gibt so einen, äh, Mercedes 100, das ist ein Diesel, äh, der hat ja auch ein D hinten, für Diesel, aber wir machen, wir sind, äh, CO2-frei, also ohne Diesel, sondern komplett, äh, elektrischer, ähm, Podcast. Ich, wir wünschen euch noch einen schönen Tag, äh, und bis bald. Toll, Fred, dich mal wieder gesehen zu haben. Ja, und nächstes Mal wechseln wir wieder zurück nach Englisch. Yes. Und vielleicht kann ich dich in drei, vier Jahren noch überzeugen, dass wir das mal auf Holländisch machen, oder? Dann sag ich nur... Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Ja, ich weiß noch nicht mal, was Ja auf Holländisch heißt. Ja. Genau, aber für World Plone Day. Ciao. Tschüss. And dort sehens. Und du musst auf Stop drücken. Und ich muss auf Stop drücken, genau. Ich mach das auch einfach mal. Aber...